So, nachdem wir das letzte Mal schon japanisch aufgemacht haben, mache ich jetzt auch mein letztes japanisches Ikoria mit euch auf. Bei den japanischen Ikoria ist es so, dass da auch nicht wirklich was cooles besonders drin sein sollte. Ich wurde das letzte Mal angemault, genau. Die haben hier oben nämlich so ein wunderschönes Öffnungsteil, was bei mir natürlich nicht funktioniert, weil ich super schlecht bin und dann trotzdem alles so rausholen muss. Und ja, japanische Booster von Ikoria, ich weiß nicht, ob die verkehrt rum sind. Ja, ich vermute mal, die sind verkehrt rum. Ja, sind sie. Deswegen machen wir sie mal von hinten auf. Hier haben wir auf jeden Fall eine Discard-Karte mit Cycle, die ich in meinem Discard-Deck spiele, in meinem Cycle-Deck. Dann haben wir einen Fick 3 Schaden zu und wir dürfen eine Karte unter das Deck legen und ziehen eine neue Karte. Das spiele ich in meinem Cycle-Deck. Keine Ahnung, 6 Mana, 5, 2 Wurm. 2 Mana, 3, 1 Katze. Sehr, sehr schönes Artwork. Wirklich schönes Artwork. 1 Mana, 05 Turtle. Dann haben wir 2 Mana, 2, 2. Immer wenn wir eine Karte Cycle kriegen, wir leben. Mit Cycle spiele ich in meinem Cycle-Deck. Ja, da verließen sie ihn. Das war so ein guter Run. New Horizon heißt die Karte auf jeden Fall. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Oh ja, spiele ich in meinem Cycle-Deck. 2 Mana und man kann eine fliegende Kreatur oder ein Artefakt zerstören. Ich glaube, die fliegende Kreatur 4 Schaden zufügen und ein Artefakt nur zerstören. Mit Cycle, glaube ich. Dementsprechend gut im Cycle-Deck. Wenn ihr das Cycle-Deck übrigens sehen wollt, ich habe einen Deck-Tag dazu gemacht. Und hier ist eine Karte, 2 Mana und sie kann auf jeden Fall cykeln. Ich glaube, wenn sie gecycelt wird, kriegen wir was dafür. Also, wenn man mit ihr cycelt, während sie an Bord ist. Okay, das ist auf jeden Fall der Planeswalker. Dann haben wir... Wow, ich habe keine Ahnung. Und unsere Rare ist Gigandra oder sowas. Plus noch ein Land. Und den kann man cyceln. Und wenn er das viele Mal gecycelt wird, dann kommt er ins Spiel. Und wenn er ansonsten, wenn er gecycelt wird, geht er wieder ins Deck. Sehr, sehr coole Karte. Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.